Ja Leute, wer hätte denn damit gerechnet? Hier kommt tatsächlich nochmal ein Video auf dem Kanal. Ähm, keine Ahnung, ich hatte jetzt einfach mal Lust sowas zu machen und einfach mal eine Runde 1vs1 zu spielen hier auf Temuja. Und im Hintergrund hören wir KST Beats Musik. Falls ich es vergesse in die Beschreibung zu schreiben, sage ich es jetzt einfach nochmal. Okay, ähm, ja. Ich mache solche Videos auf meinem Hauptkanal auch immer, 1vs1. Ähm, und ja, mir macht das eigentlich auch ziemlich viel Spaß, äh, das immer mal so zwischendurch zu spielen. Und ja, warum kommt jetzt hier auf dem Kanal wieder ein Video? Das ist natürlich eine gute Frage. Und, äh, ja, ich wollte einfach mal so ein bisschen aufklären, was jetzt eigentlich los ist. Ähm, denn es ist irgendwie ziemlich verwirrend, ne, was ich hier so zur Zeit mache auf YouTube. Ich habe ja relativ, ja genau, wie er einfach wieder austeilt. Ich habe einfach relativ viele Kanäle, äh, die ich nebenbei betreibe. Zum Beispiel einmal ja Textmark-LP, äh, wo ich ja Minecraft mache einerseits, also Minecraft Singleplayer und dann, äh, Minigames und sowas. Aber auch andere Spiele wie YouTubers Live oder, ähm, World of Tanks war es vorher noch. League of Legends, achso, hier muss ich erst Rüstung anziehen. Ähm, ja, und keine Ahnung, was wir da noch alles hatten. Ja, geil, dankeschön. Und, naja, keine Ahnung, es ist irgendwie ziemlich komisch, denn auf Igids mache ich dann auch nochmal Minecraft. Da mache ich aber nur so Projekte wie Minicraft Attack, City Survival, Minecraft Hexit oder, ähm, ja, auch Singleplayer-Projekte auch nochmal. Und ich weiß nicht, das ist irgendwie ein bisschen viel so, äh, schon an sich, dass ich diese beiden Kanäle so komisch trenne. Weil eigentlich wäre es ja besser, wenn ich einen Kanal nur für Gaming mache und einen für Minecraft nur. Und, ja, so mache ich es aber nicht. Und, ja, jetzt habe ich ja eben irgendwie diesen Kanal noch. Und, äh, hier weiß ich dann gar nicht mehr, was ich noch anfangen soll, ne? So, und jetzt ist Minecraft abgestürzt. Na geil, das wird ja wieder das beste Video der Welt. Äh, ja, wir sehen uns gleich wieder, dann geht's weiter. Ah, ne, ich stürze gar nicht ab. Okay. Ich hoffe, die Fraps-Datei ist nicht beschädigt. Wenn doch, wäre das schlecht. Na gut. Muss man ja Rüstung anziehen? Ne. Naja, komm, ich verschieße erstmal meine Pfeile. Ja, auf jeden Fall, ähm, hier sollen in Zukunft eigentlich nur noch solche kleinen, äh, Videos kommen. Also irgendwie Outtakes oder sowas. Ähm, und wahrscheinlich dann halt auch Minecraft-Sachen noch so. Einfach so Unterhaltungssachen, keine Ahnung. Ich habe aber hier nichts großartig mehr geplant. Also, Projekte oder andere Let's Plays wird es hier nicht mehr geben. Das Ding war ja, ich habe ja hier mit dem Kanal eigentlich schon viel durch. Und ich wusste immer nicht, was ich machen soll. Denn, ähm, ja, keine Ahnung. Ich habe hier schon zigmal aufgehört und wieder angefangen und dann wieder aufgehört. Und irgendwie ist es mittlerweile ziemlich verwirrend geworden. Und ich weiß nicht genau, ob es Sinn macht, hier noch weiter Videos hochzuladen. Denn, selbst wenn es Outtakes sind, ich weiß nicht, ob ich das unbedingt so machen muss oder möchte. Denn, ja, keine Ahnung, es bringt mir nicht irgendwie viel, wenn ich hier noch ewig, ähm, ja, auch irgendwelche Outtakes hochlade. Also, vielleicht mal so ein lustiges Video vor zwischendurch. Das könnte ich mir mal vorstellen, wo ich halt nicht weiß, okay, soll ich das jetzt auf meinem anderen Kanal hochladen oder nicht. Ja, ich muss halt immer so überlegen, auf welchen Kanal passt es am besten. Und wenn ich jetzt mir sage, okay, hier, den Kanal, äh, beende ich jetzt nicht und mache den auch noch weiter, ähm, dann weiß ich ja am Ende gar nicht mehr, wo ich es hochladen soll, ne. Und das ist halt so ein Problem. Ich müsste meine Kanäle einfach besser trennen. Dann habe ich jetzt auch noch Signatur den Kanal erstellt. Und das ist alles ein bisschen viel, ne. Auf Signatur könnte ich ja auch noch irgendwas hochladen, ne. Wird wahrscheinlich irgendwas kommen aus dem Fernsehen, was ich mal irgendwann aufgenommen habe vor Jahren. Irgendwelche kleinen Ausschnitte wird es da wahrscheinlich noch geben. Bisher kamen da ja die Viva-Videos und, ja, da wird es wahrscheinlich, keine Ahnung, noch irgendwas anderes geben, weil ich habe noch einige Ausschnitte und ich will die vielleicht noch ein bisschen verwerten. Und dann kommt auf dem Kanal auch noch was, da hat es sich zumindest gelohnt, den zu erstellen. Und, ja, hier auf dem Kanal gibt es dann eben auch weiterhin, äh, eventuell solche Videos, also nicht wie heute, das hier ist nur so ein Infovideo, aber solche, ähm, anderen Videos. Wo ich dann mal gucke, wegen, ähm, Dingens, ne. Also wegen Outtakes oder keine Ahnung was. Ich weiß mir, äh, ich kann mir da auch noch nicht so drunter vorstellen, so genau. Jetzt bin ich wieder in so eine leere Lobby. Ja, hier, ich glaube, er hat Bock zu kämpfen, oder? Ne. Ja, dann gehe ich mal zur Lobby. Komm, einen Kampf will ich noch machen. Ich will auch noch ein Thumbnail haben. Hier, ich gehe mal in die volle Lobby. Da gibt es ja bestimmt was. Alter, hier leckt es aber wieder. Ist ja klar. Aber, da, das nervt ein bisschen. Oh, ja, stimmt, heute ist ja Freitag. Ah, okay. Dann ist wahrscheinlich jetzt wieder hier Temuja-Battle. Oh, Mann. Jetzt klickt drauf, Junge. Vor allem jetzt wieder hier 2 vs. 2, das nervt mich immer. Ah, ich glaube, das wird heute nichts mehr, ey. Warum denn nur? Ich verstehe es nicht, ey. So, ich mache jetzt erst mal so ein Thumbnail von dem ganzen, äh, Gewimmel. Ah, endlich, Mann. Ist ja schlimm. Ja, so richtige Thumbnails mache ich ja hier auch nicht mehr. Ich lade ja immer nur die Screenshots hoch, einfach. Ha, ja, keine Ahnung. Ich weiß einfach nicht mehr, wie ich das hier machen soll. Was ich hier bringen soll für Videos. Und, ja, schaut auf jeden Fall bei Iggs vorbei, denn das ist jetzt eigentlich mein richtiger Zweitkanal zurzeit. Äh, den hier betreibe ich jetzt eigentlich nicht mehr. Denn, naja, keine Ahnung. Das muss nicht sein, hier noch aktiv Videos zu machen oder regelmäßig. Also hier wird es nur unregelmäßige Mitschnitte geben. Und auf Iggs gibt es ja zurzeit echt aktiv Videos und da wird es in Zukunft wahrscheinlich auch noch mehr geben. Ja, äh, müssen wir mal gucken. Und, ja, da nehme ich ja zum Beispiel auch manchmal an so einem Mini-Varo-Teil oder so. Das, äh, wird es vielleicht auch noch mal geben. Und, naja, dann gucken wir mal. So, gibt es noch irgendwas zu sagen? Auf meinem Hauptkanal könnt ihr auf jeden Fall gerne auch vorbeischauen. Dort kommt täglich ein Video zurzeit. Da gebe ich mir doch ein bisschen mehr Mühe. Das ist und bleibt natürlich mein Hauptkanal, auch wenn ich auf Iggs mehr Videos mache. Aber das sind ja, ja, im Endeffekt leichter produzierte Videos, beziehungsweise einfach irgendwelche, ja, Projekte halt. Wo jetzt nicht so viel Arbeit meistens drinsteckt, wie in den Text-Mark-LP-Videos meistens. Beziehungsweise auf Text-Mark-LP kommt natürlich auch Gaming und, ich weiß nicht. Ich würde den einfach so als meinen Hauptkanal weiterhin sehen und nicht Iggs oder so. Und, ähm, ja, weil es war halt auch mein erster Kanal. Deswegen, ja, bleibt das einfach so. Gibt es noch irgendwas zu sagen? Ich weiß es gar nicht. Signatur kann ich auch noch mal verlinken. Habe ich auch schon auf meinem Kanal verlinkt. Dort, äh, ja, wie gesagt, irgendwelche TV-Ausschnitte oder keine Ahnung. Und ja, dann sieht man sich dort, ne? Ich beende jetzt erst mal das Video hier. Vielleicht habe ich irgendwann noch mal Bock auf ein Infovideo oder mache ich das? Also hier gibt es dann Infovideos. Ist ja geil. Gab es auch mal auf Iggs eine Zeit lang. Im Ende Oktober oder so. Habe ich jeden Tag so zwei Minuten oder drei Minuten ein Infovideo rausgehauen. War auch lustig. Ach, hier kann man nicht mehr höher fliegen. Das ist ja scheiße. Da ist nicht mal die höchste Bausgrenze. Aber Hauptsache, die machen hier schon diese Blöcke hin. Damit die Map ja nicht zu viele, äh, Megabyte frisst, ne? Naja, egal. Bis später. Tschüss.